Ein paar Pannen. Von Roby Speckner Spielvereinigung Allangen. Der Belag. Künstler. Ich will jetzt gar nicht wissen, was da wieder alles draufgepoppt hat. Ist nicht meine Welt, aber ist erlaubt. Wenn man sich die Flugkurven der Bälle anschaut, weiß man Bescheid. Das Flächeln. Das macht es. Das macht es. Das macht es. Mein Käferpump. Ja, aber Respekt, Respekt, Respekt. Das ist schon erstaunlich, was dieses kleine Energiebündel... Die Bündel. Noch alles rauszaubert hier. Und da zaubert sich natürlich nichts mehr. Acht Acht. Dann muss man auf die Aufschläge gehen. Oh ja. Den darf er natürlich nicht auslassen. So, jetzt ist natürlich die Diskussion. War der Ball während des Ballwechsels kaputt gegangen? Dann müsste es Wiederholung geben. Der Mb. erspart sich die Diskussion. Ich gebe in der Pause. Sie fahren die Presse. Ich habe es nur gut gemeint, dass du durchschnaufen kannst. Ich glaube, er braucht jede Sekunde zum durchschnaufen. Ganz abgesehen davon, dass ich die Bälle hier nicht aufhöfe. Nicht, weil ich unhöfe. Ich bin im Gottesdienst. Was habe ich in meinem Leben für Bälle aufgehoben? Sondern dann muss ich schneiden. Und das kostet mich Nerven und Zeit, die mit so einmal Ball aufgehoben nicht wegzumachen sind. Ich hoffe da einfach auf Verständnis. Vorhin hatte er es, der Mbby. Diesmal nicht. Da sieht man, was der Stress aus Menschen macht. Der Spielstress. Vorhin das, was der Spiegel. Das war's. Der Spielstress.